Herzlich willkommen liebe Zuschauer zu einem neuen aufregenden Astrologie-Update. Heute werfen wir einen Blick auf die Sperne, speziell für unsere Fischgeborenen im Januar. Egal ob Liebe, Karriere oder Gesundheit, die Himmelskörper haben spannende Einblicke für euch bereit. Also schnallt euch an, denn es wird astrologisch aufregend. Lasst uns gleich in die Details eintauchen. Im Januar befinden sie sich in bester Verfassung, lieber Fisch. Ihre Geheimwaffe ist derzeit unwiderstehlicher Humor. Sie wissen, wie sie auch in anspruchsvollen Situationen mit positiver Energie unterhalten und motivieren können. Ihr Scharm macht es ihrem Partner schwer, sich zu entziehen. Die Devise lautet Ruhe bewahren. Besonders wenn im Januar Entscheidungen anstehen, sollten sie sich mit vertrauenswürdigen Personen beraten, bevor sie eine endgültige Wahl treffen. Dank Merkur können sie auf die Unterstützung ihres Kollegenteams zählen. Am Monatsende haben sie alles fest im Griff und sammeln so zusätzliche Pluspunkte im Berufsumfeld. Im Januar können sie sich auf den Mars verlassen. Die Sterne sorgen dafür, dass sie fit und gestärkt durch den Monat gehen. Ein Zahnarztbesuch steht zwar an, aber keine Sorge, die Sterne stehen günstig für ihre Zahngesundheit. Als Tipp vom Mond, verbringen sie täglich mindestens 20 Minuten an der frischen Luft, um Sorgen auszuatmen und positive Energie aufzunehmen. Das war es für heute, liebe Fische. Ich hoffe, euch hat diese astrologische Vorhersage gefallen und euch vielleicht sogar einige Einblicke für euren Januar gegeben. Vergesst nicht, euren Humor als Geheimwaffe zu nutzen. In der Ruhe liegt die Kraft und lasst euch von den Glückstagen leiten. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal für mehr astrologische Updates und teilt eure Gedanken in den Kommentaren mit uns. Möge der Januar für euch alle von positiver Energie und Glück durchströmt sein. Bis zum nächsten Mal und alles Gute!